Am Donnerstag hat der Landtag den Gesetzentwurf der Landesregierung zu den Änderungen am Haushaltsvorenschlag 2024, 2026 und anderen Bestimmungen mit 18 Jahren ein Nein und 14 Enthaltungen verabschiedet. Mit diesem werden 650 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen eingeplant, die unter anderem in Gesundheit, Soziales, Gemeindenfinanzierung und Kollektivvertragsverhandlungen fließen. Zudem werden mit dem Gesetz Anpassungen an haushaltsfremden Bereichen vorgenommen, etwa bei der Regelung der Vergabe von Konzessionen für große Wasserkraftwerke und den Befugnissen der Vergabestellen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Opposition kritisierten, dass dadurch aus dem Haushaltsgesetz ein sogenannter Omnibus wurde. Ebenso bedauerten sie, dass nach der guten Zusammenarbeit im Gesetzgebungsausschuss die dort beschlossenen Änderungen nun im Plenum wieder rückgängig gemacht würden. Von insgesamt 14 eingegangenen Beschlussanträgen zum Gesetzentwurf wurden von der Landesregierung acht angenommen, eine außergewöhnlich hohe Anzahl, wie die politische Minderheit unterstrich. Die Themenpalette reichte dabei von leistbarem Wohnen über Energiegemeinschaften bis hin zu Wirtschaftsförderung.